Wir befinden uns im Backstage-Bereich des Großen Saales in einer unserer Solistengarderoben und hier kann man Dirigentinnen und Dirigenten antreffen oder aber auch die Solisten, die sich hier auf dem Steinway hinter mir einspielen. Künstler wie Igor Levit, Helene Grimaud, Chili Gonzalez, Helge Schneider haben sich hier schon eingespielt und haben auf ihren Auftritt gewartet. Man hat hier eine Couch, wo man sich wunderbar hinflätzen kann und die Aussicht genießen kann. Außerdem gibt es hier den direkten Zugang zu unserem Green Room, der so eine Art Treffpunkt ist, wo die Musiker nochmal zusammensitzen können.